Farben für einen Arian-Lafel, aus dem Weg. Über Moonsteine. Fuck. 61. Hm, 26 nur noch. Verdammter Bug. Kehre zurück zu Moxie, ja, da können wir noch einkaufen. Hm, dann können wir auch die Aufnahme wenden. Äh, warte mal. Da kriege ich bestimmt noch einen Raum oder so. Da kommen wir nämlich zurück. Ja, komm mal auf die andere Seite, bitte. Nein. Warum? Wirst du gleich sehen. Ja, ist richtig. Was sind das? Warte, warte, erst gucken. Feuer und nachhaltig werden, wenn du im Luft bist. Ah, sind beide gleich, ne? Nimm mir das Blitzding. Du willst das Blitz gut, dann nehm ich die Säure. Äh, die Sniper friert ein. Was haben wir hier? Naja, Granaten kannst du hier aber suchen. Ne, die Granaten brauche ich nicht. Hier würde mich das vielleicht was interessieren. Alter. Das ist ja auch nicht möglich. Ne. Ne. Nur die Moni eingesackt. Ne, dann mach du die Kiste da leer, ich mach die hier leer. Du kannst hier gerne noch gucken, hier ist... Willst du irgendwas hier von Centos, von den drei noch? Oder sammelst du alles ein? Hast du eben schon geguckt? Ja, ich hab da drüben schon geguckt, deswegen gesagt, ich sammle du da alles ein, ich sammle hier alles ein. Außer du willst irgendwas besseres haben. Ja. Was haben wir hier noch? Dann nehm ich zwei Pistolen. Und... Mein Inventar ist voll. Dein ist voll. Ich will da noch rein. Ja, warte, dann nehm ich den... Das, was reicht. Du kannst ja alles einsammeln. Okay, ich kann eins nicht einsammeln. Okay. Scheiß drauf, lass dich. Alter, das war wieder ein fetter Loot. Ich glaube, da waren auch ein paar gute Waffen bei. Ah, ich hab ne Waffen neu bekommen. Für die Gegner, ist die besser als meine jetzige? Aber um Längen, Heidewitzka. Ah, ich weiß, warum wir Monschein bekommen. Ja? Plus 3%, Schildmaximum. Okay. Wir kommen noch. Oder verbrauchen wir Monschein für irgendwas? Nee. Wir brauchen tun wir es nicht. Ich reise, ne? Ja, mach euch. Klar. Fast Travel. Meine Fresse. Boah. Haben wir doch gut gemunkelt, dass wir doch gegen die Ankampf müssen. Ja, so schließt sich der Kreis. Das war klar. War so richtig klar, dass wir geimpften. Jump, 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 jump. Ich wollte aber nur... Da hin. Ah ne, ich geh erst zum Opa. Ich geh erst da einkaufen. Bevor gleich noch die Dinger. Ja, gleich verbaggen die Dinger wieder. Sink auf, ich fix ja... Ich hab auch nur noch 1,20. Ich sag ja, für irgendwas verbrauchen wir die. Fürs Ra... nein. Doch, von mir nehme ich zuvor. Für was denn? Ich hatte 66 Stück. Ich hatte 66 Stück. Ich hatte 66 Stück. Ich hab schon endlich eine Waffe. Waffe, wundervolle Waffe. Ja, ich hab noch nicht mehr. Ja, das ist die... Die kann weg. 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 Komm, weg damit. Weg damit. Granaten-Mods. Schande halte ich auf jeden Fall. Oh. Oh, hab ich viel zu verkaufen. Noch da? Ja. 10.000 Euro, sag ich jetzt dann cool. 13.000. So, das wollte ich anziehen, das neue. Oh, 3 Tokens. Brauche ich eh nicht. Erfengenauigkeit. Ähm. Tokens. 2 Stück. Granatenschaden auf jeden Fall. Hild-Lade-Bezügerung. Hild-Lade-Geschwindigkeit. Hild-Genauigkeit. Hild-Kapazität. Ja, komm. Äh, und das pack ich da rein. Und ich geh erst aus dem alten Sack. Ist ein bisschen buggy, aber na gut. Man findet viele, muss man dazu sagen. Ich bin mir das wirklich für irgendwas. Erhöht die Dauer der Anzahl an Granaten, was wär eigentlich auch was? Ey, pass mal auf du kriegst noch einen Mondstein, vier Stück Ich hab grad Automaten gespielt So, cool Okay, ich kann jetzt fünf Granaten mitnehmen Ah, die hab ich auch schon, fünf Granaten Zwar einmal eine Kiste öffnen oder zweimal Sniper ist ganz schön teuer Fuck Reduziert natürlich die Gesundheit Chance bei Schadensnahme einen Schildbuß abzuwerfen Okay, uninteressant Komm einmal noch dafür Nach zwölf Stück Kann ich mir auch nicht holen Oh, ein Granatenwerfer Jawohl, endlich ein mit Panzerung Durchbrechend Genug von Dann kann nämlich der eine hier weg Ja auch nicht Fünf hinten nutze ich eh nicht Genauso wie die SMG auch nicht Die ist super Hm, Pistolen das hier auch nicht Okay, dann spare ich die 10 Was haben wir denn da? Bietet ein Vakuum einen anderen als... Hä? Bietet ein Vakuum einem anderen Bonus als in einer Art Nuss Hm? Geh mal hierzu Check hin Hm, ich hab das Ding gekauft Das... Das eine Ich würd das mal beim nächsten Mal ausprobieren Drück mal Tapp, dass du dir eine Waffe auswählen kannst So Kapitel 7 Trautes Heimglück allein Trautes Heimglück allein Trautes Heimglück allein Ähm Ja, ich nehm die untere Waffe, bräuch ich eh nicht Oh, hier ist ne Kiste Komm her Hohohoho Wo ist die Kiste auch da? Okay Ich würde oben rechts nehmen Ich würde dir die Granaten nehmen Äh, Schild behalte ich was ich hab Granaten? Warte mal Ja, nimm dir Kannst die nehmen Können wir gleich mal direkt austesten Mal schauen was kommt Alter Was? Okay Hey Automat Damit kann ich nicht spielen Ah, hier gibt's noch... Was gibt's denn noch hier für Trinke? Bietet Munitions-Generation... Achso, guck mal, das könnte man beim nächsten Mal mal kaufen, wenn man zehn Stück hat Ich hab ja zehn Stück Hm Hält für 30 Minuten an Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weißt du? Ja Dann würde ich nämlich jetzt, gleich wenn wir fertig hier sind Äh, und wir ausgelockt haben Äh, ein bisschen zocken Ja Oder wir aufhören und dann mal gucken, ob wir auf der Mondsteine bekommen Was ist denn das? BTF Backe 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 Wenn wir den Laser nicht bald abschalten, können wir den ganzen Mond abschreiben Backe Ja, kann man Ja, kann man Ich mach noch so lange über sie für uns 20, ich will noch ab Wie viel hast du noch? Ich hab nur zwei gemacht Komm Ich muss ihn holen, jetzt noch zwei Pistolen Halt's Maul Fette Beute Jawohl, zwei Minuten ungefähr haben wir noch gerade Mhm Und der letzte Und was ist die eine denn? Ach, Spam, nein, Babplatz, okay Die Linke ist ganz geil Ja, aber hat keine Eis schaden Wirst du die haben? Ja, würde ich nehmen Mal gucken Ja, ob die Schaden, das ist halt, ob die Eis schaden ist nachher eine andere Sache Ja, ja Wenn die gut spammt Ist da wieder so eine fliegende? Ja, oh Alter, die kreist hier durchs ganze Ding jetzt Und sie kommt wieder zurück Ja, guck mal wie so ein Flipper Ja Okay, die ist auf jeden Fall geil auf so... Auf große Flächen vom Boss Ist schon gut Erfolge Jack Ich spring mal mit zu Jack rüber, ne? Ähm Wir sehen uns auf der anderen Seite Was sie sagte Lass uns Helden sein Hä? Warte mal Lilith ist mit Woland mit Jack gerade weggegangen Hm, WTF Ach, die kannten sich ja vorher nicht Nein, nein Dün, 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 dün Hm Hat er wie in die Schuss, ne? Ob die wirklich so gut ist, ist die andere Frage Für, also für die Klasse, sprich für die Munitionsklasse ist bestimmt gut Ich guck nochmal Einmal mach ich noch Ich hab zu viel Schrottwitze verkaufen Aber ich würd sagen Wir bannen dann hier erstmal die Aufnahme Bekaufen jetzt offscreen noch was Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen da reingucken Was wir noch an Waffen kriegen und so Ja Und damit würden wir jetzt sagen Bis zum nächsten Mal bei Borderlands The Free Sequel Ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.